Die Stratec CNV ist eine universell einsetzbare CNC Bohrmaschine. Mit ihr lassen sich Bohrungen auf der Oberfläche anbringen sowie auf allen vier Werkstückseiten. Nutfräsungen sind außerdem in X-Richtung möglich. Ein großer Vorteil der Maschine ist der geringe Platzbedarf. Mit der kompakten Bauweise 3,70 m in der Länge und 1,50 m in der Tiefe bietet sie auf kleinstem Raum ein vollwertiges Bearbeitungszentrum. Die Maschine ist einfach und flexibel zu bedienen. Es gibt zwei Möglichkeiten dies zu tun. Ich habe sowohl die Möglichkeit an der Maschine direkt über ein 10 Zoll Display zu programmieren. Es gibt jedoch auch noch die Möglichkeit mit der Software Maestro zu arbeiten. Dies kann dann über einen externen Arbeitsplatz geschehen. Die Übertragung erfolgt mit einem USB-Stick. Die Positionierung des Werkstücks erfolgt über eine pneumatische Spannzange und der Kantenantaster ermöglicht präzises Arbeiten. Die Werkstückbewegung in X- und Y-Richtung erfolgen über lineare Prismenführungen bzw. einer Kugelumlaufspindel. Platten mit maximal 3000 mm Länge, 900 mm Breite und 50 mm Stärke lassen sich ohne Probleme bearbeiten. Es lassen sich somit alle gängigen Schrankseiten abbilden und dies ohne Rüstzeugen. Der Bohrkopf ist mit einer leistungsstarken Elektrospindel ausgestattet. Das Aggregat hat sieben horizontale Spindeln, vier vertikale und ein Lutsägeaggregat. Die Werkzeugbestückung kann individuell nach den Bedürfnissen des Kunden erfolgen. Es lassen sich somit alle gängigen Beschläge, Dübelbohrungen oder Reihenlochbohrungen abbilden. Im Standardlieferumfang der Maschine ist ein 10 Zoll Touchdisplay, eine Rollenbahn zur Werkstückzufuhr und Ausfuhr sowie der Kantenantaster. Des Weiteren hat die Maschine zwei Absaugstutzen je 120 mm. Optional erhältlich zur Maschine ist eine Tastatur, ein Kühlungsgebläse für den Schaltschrank sowie ein Barcode-Laser. Ich empfehle als sehr wichtige Option die automatische Schmierung, das erspart einem sehr viel Zeit und Mühe, sowie die Bedienung mittels der Maestro-Software. Die StarTec CNV eignet sich besonders für Betriebe, die ihre noch manuellen Prozesse automatisieren wollen. Die Vorteile der Maschine liegen auf der Hand. Es gibt keine Rüstzeiten mehr, kleinste Aufstellmaße und die Bedienung der Maschine ist schnell und einfach zu lernen.